Heute sind wir jetzt hier in Spielmannsau auf 1071 und wir laufen jetzt da rein, zuerst den Fahrweg entlang. Aufstieg 1050, hinten Abstieg 950 Höhenmeter. Starten wir! Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann wird das Klaue , Jetzt ist das Klaue, Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit angelangt, eineinhalb Stunden müssen wir bis zur Kempferhütte laufen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Ich habe noch auf keiner Wanderung so viele Wasserfälle gesehen wie auf dieser und das fand ich somit das Beeindruckendste heute. Jetzt freuen wir uns auf das Zimmer natürlich, auf eine kalte Dusche, also natürlich nicht eine kalte Dusche, aber auch eine Dusche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.